Hallihallo und schön, dass ihr eingeschalten habt. Heute nehmen wir gemeinsam dieses süße Sommerkleidchen mit Wasserfallärmeln und jetzt erkläre ich euch, wie das funktioniert. Als Schnittmuster verwende ich hier ein Schnittmuster von einem Basic T-Shirt, was ich mir ganz einfach selbst erstellt habe. Wie genau das funktioniert, dazu habe ich euch bereits ein Video online gestellt, den Link dazu setze ich euch auch nochmal in die Beschreibung. Bei meinem Schnittmuster unterscheiden sich Vorderseite und Rückenteil lediglich am Kragen, an der Ärmelöffnung sind diese gleich ausgeschnitten. Darum werde ich jetzt lediglich eine Schnittmusterhälfte hernehmen und umfunktionieren und sowohl für Vorderseite und Rückenteil verwenden, einfach um Papier zu sparen. Nun werde ich an der Ärmelöffnung an jener Stelle, wo die Wölbung des Ärmels Richtung Achsel zieht. Das sollte ungefähr an der Hälfte der Wölbung sein. Von dort aus werde ich jetzt eine neue Linie ziehen, welche zuerst relativ gerade nach unten läuft und dann allmählich zur Seitenlinie hin verläuft. Ungefähr so sollte das dann ausschauen. Die neue Linie sollte dabei von der Achsel ungefähr 10 cm entfernt liegen. Anschließend kann ich mir an dieser Linie entlang das Schnittmuster einmal teilen. Für meine Flatterärmel werde ich jetzt ebenfalls ein Schnittmuster erstellen. Dazu messe ich mir zuallererst die Öffnung des Ärmels ab. Bei mir sind das jetzt 24 cm. Dazu addiere ich nun weitere 10 cm und das wäre somit die neue Länge für meinen Flatterärmel und schlage mir das auf einem separaten Stück Papier ab. Als Breite habe ich mich für eine Breite von 8 cm entschieden. Das kann ich mir auch nochmal an meinem Backpapier einzeichnen und ich verbinde mir die Linien zu einem Rechteck. Das Rechteck sollte somit bei mir eine Länge von 34 cm und eine Breite von 8 cm haben. Die kürzere Linie des Rechteckes kann ich mir nun einmal verlängern und nun nehme ich das kleine Teil meines Schnittmusters her. Diese Wölbung markiert dabei die Achselwölbung und die werde ich mir jetzt nachzeichnen. Das Schnittmuster wird dabei so hoch gelegt, dass der Achselpunkt schön unten auf die waagerechte Linie trifft und das andere Ende der Wölbung sollte ungefähr 1 cm von der Linie entfernt liegen. So kann ich mir diese Wölbung dann einmal nachzeichnen. Anschließend kann ich dann das Ende der Wölbung mit dem oberen Ende des Rechteckes verbinden. Die gegenüberliegende Ecke kann ich dann noch etwas abrunden. Also so sollte das dann ungefähr ausschauen. Und nun kann ich mir diese Form einmal ausschneiden. Als Stoff verwende ich hier einen Baumwoll-Jersey-Stoff. Diesen habe ich bereits doppelt zusammengefalten. Und nun kann ich mir dieses halbe Schnittmuster einmal so hochlegen, dass die Mittelkante des Schnittmusters schön auf die gefaltene Kante trifft. Und so kann ich mir das Schnittmuster abstecken. Den Kragen, Schulternaht und Ärmelöffnung kann ich nun mit einer Nahtzugabe von knapp einem Zentimeter einmal nachschneiden. Ab diesem Punkt werde ich dann nicht mehr dem Schnittmuster folgen, denn bei mir wird das ja ein Kleid und dementsprechend muss ich die Länge anpassen. Dazu habe ich einmal die Wunschlänge an meiner Tochter abgemessen. Ich habe das vom Kragen bis zur gewünschten Länge bemessen, ungefähr zum Knie. Und das sind bei mir jetzt 55 cm. Und schlage dann dieses Maß an mehreren Stellen nach außen hin ab. So wird das Kleid unten schön abgerundet. Diese Punkte kann ich dann einmal schön miteinander verbinden und nachschneiden. Der äußerste Punkt des Kleides sollte dabei vom Schnittmuster ungefähr 10 cm entfernt liegen. Diesen Punkt kann ich dann in einer geraden Linie mit der Achsel verbinden. Diesen Schnitt kann ich dann ein weiteres Mal identisch gleich ausschneiden und anschließend werde ich mir den Kragen anpassen, denn dieser Schnitt ist der Schnitt für das Rückenteil. Hier der einzige Unterschied bildet eben die Tiefe des Kragens und das werde ich mir noch etwas größer am Vorderteil abrunden. Auch der Streifen für den Ärmel wird zweifach ausgeschnitten. Auch hier wird der Stoff wieder doppelt ineinander gefalten und die kürzere waagrechte Linie wird auf die gefaltene Stelle hochgelegt und mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter ausgeschnitten. Und auch das kleine Seitenstück an der Achsel wird zweifach gegengleich ausgeschnitten. Wiederum mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter. Vorderseite und Rückseite werden dann aufeinander gelegt mit schönem Motiv innen aneinanderliegend und nun kann ich die Schulternähte schön miteinander vernähten. Das kleine Stoffteil wird an der Rundung schön versäumt. Dazu habe ich mir eine Stoffsteifen zurechtgeschnitten mit einer Breite von drei Zentimetern und diese wird dann auf die Rundung hochgelegt, sodass die Stoffenden jeweils schön aufeinandertreffen. Die schönen Seiten sollten dabei innen aneinander liegen. Und so kann ich mir die beiden Teile an der Overlock miteinander vernähen. Falls ihr keine Overlockmaschine habt, dann könnt ihr auch gerne einen elastischen Stich an eurer Nähmaschine wählen. Beim Annähen ist es wichtig, dass der Stoffstreifen leicht gedehnt wird. Der Stoffstreifen wird dann über die Naht auf die andere Seite gefalten und festgesteckt. Anschließend nähe ich mit einem Geradstich möglichst genau der bereits bestehenden Naht entlang. Und so sollte das ungefähr ausschauen. Falls ihr auf der Rückseite noch überstehenden Stoff habt, dann könnt ihr das gerne kürzen. Bei mir passt es so. Als nächstes nehmen wir den großen Stoffstreifen für den Ärmel her und jene Seite mit der großen Rundung werde ich mir jetzt mit einem Rollsaum versäubern. Dazu stelle ich jetzt an meiner Nähmaschine die Zickzacknaht und die kürzeste Stichlänge ein. Und nun kann ich den Rand einmal entlang nähen. Dabei ist es wichtig, dass die Nadel einmal in den Stoff greift und einmal ins Leere. Zudem muss der Stoff stark gespannt werden, sodass später diese schöne Wölbung entsteht. So sieht unser Rollsaum nun aus. An der gegenüberliegenden Seite werde ich jetzt einen Geradstich mit der längsten Stichlänge setzen. Das wird uns gleich dabei helfen, das Stoffteil zu raffen. Das Hauptteil wird nun auseinander gefalten, sodass die schöne Seite nach außen schaut und der Stoffstreifen wird auf dieselbe Länge wie die Ärmelöffnung zusammengerafft. Dazu kann ich an einem der Fadenenden ziehen und so das Stoffteil so lange zusammenraffen, bis es dieselbe Länge hält wie die Ärmelöffnung. Sobald ich dieselbe Länge erreicht habe, kann ich mir das Stoffteil einmal wenden, sodass die schönen Seiten jeweils innen aneinander liegen. Und nun kann ich mir den Streifen mit dem Hauptteil abstecken. Dabei sollten die Stoffenden schön aufeinandertreffen. Nun kann ich mir das kleine Stoffteil dazu holen und werde das mit der Raffung und dem Hauptteil abstecken. Hier ist es wichtig, dass die lange Rundung des Stoffteiles mit dem Hauptteil abgesteckt wird und dass es so hoch gelegt wird, dass das Motiv nach unten schaut. Ich beginne jetzt mit dem Abstecken ganz unten an der Ärmelöffnung und werde es so entlang einmal nach oben hin abstecken. Nun kann ich mit der Overlock der Ärmelöffnung einmal entlang nähen und so die drei Stoffteile miteinander vernähten. Falls ihr an manchen Stellen die Hilfsnaht noch seht, welche ihr gesetzt habt, um das Stoffteil vorhin zu raffen, dann könnt ihr euch das jetzt auftrennen und herausziehen. Und so sollte das dann ungefähr ausschauen. Nun kann ich mir diese Ärmelöffnung auch noch mal mit einem Geradstich absteppen. Nun kann ich das Kleid einmal zusammenfalten mit der schönen Seite innen aneinander liegend und kann mir nun die Seitennähte miteinander vernähten. Hier ist es wichtig, dass die Ärmelraffung nicht mitgenäht wird. Und so sollte das jetzt ungefähr ausschauen. Nun machen wir mit unserem Kragen weiter. Dazu habe ich mir bereits einen Stoffstreifen zurechtgeschnitten mit einer Breite von 3,5 cm. Für die Länge habe ich einmal die Öffnung am Kragen bemessen, dieses Maß mal 0,9 gerechnet und dazu dann 2 cm Nahtzugabe gegeben. Nun kann ich den Kragen einmal der Länge nach zusammenfalten mit Motiv innen liegend und die beiden Enden miteinander vernähten. Das Stoffteil wird dann der Länge nach einmal zusammengefalten, sodass die Naht schön innen versteckt wird. Und nun setze ich mir zwei Markierungen. Eine Markierung bildet dabei die Naht selbst und die zweite Markierung sollte der Naht genau mittig gegenüber liegen. Das markiere ich mir wiederum mit einer Stecknadel. Auch an der Kragenöffnung des Hauptteiles markiere ich mir die Mitte vorne und hinten. Dazu schlage ich dieses mittig zusammen und kann mir somit Stecknadeln die Mitte vorne und hinten abstecken. Die Naht des Kragens wird dann mit der Markierung am Rückenteil abgesteckt. Dabei sollten die drei roten Stoffenden schön auf derselben Höhe liegen. Anschließend wird der Kragen über die Kragenöffnung darüber gestülpert und die Markierung des Kragens mit der Markierung am Vorderteil abgesteckt. Beim Nähen wird dann der Kragen so weit gespannt, dass er dieselbe Länge erhält wie das Hauptteil und so kann ich einmal rundherum nähen. Am Saumende des Kleides werde ich jetzt diese Spitze annähen. Dazu habe ich mir bereits die richtige Länge zurechtgeschnitten und zwar sollte diese genauso lang sein wie das Stoffende am Kleid plus zwei Zentimeter Nahtzugabe. Nun kann ich die Stoffenden der Spitze miteinander vernähen. Die Spitze wird dann einmal über das Kleid gefalten, sodass unten die Stoffenden schön aufeinandertreffen und an der Seite sollte die Spitzennaht und die Naht des Kleides auch schön aufeinandertreffen. So kann ich die Spitze entlang mit dem Kleid abstecken. Nun kann ich die Spitze mit meinem Hauptteil an der Overlock vernähen. Dann wird die Spitze nach unten geklappt und mit einem Geradstich entlang abgesteppt. Und somit sind wir jetzt auch schon fertig mit unserem Kleidchen. Ich hoffe euch hat mein Tutorial gefallen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir ein Like gebt und den Kanal abonniert. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.